Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir haben heute einen ganz besonderen Parteitag. Es geht um die Neuaufstellung unserer CDU. Wir müssen es gemeinsam erreichen, dass unsere CDU wieder eine breite Volkspartei wird. Und dazu gehört auch, dass die CDU eine wählbare Alternative für möglichst viele Menschen ist, die jeden Tag als Facharbeiterinnen, als Facharbeiter im Handwerk oder in unserem Gesundheitsbereich arbeiten. Ich möchte gerne die Stimme dieser Menschen im Präsidium der CDU bleiben. Es ist wichtig, dass auch deren Erfahrungsfeld in unseren Diskussionen mit einbezogen wird, denn sonst können wir keine Volkspartei sein. Und da geht es natürlich auch um wichtige Themen. Wie ist es zum Beispiel in unserem Land noch möglich, wenn man fleißig ist, wenn man sparsam ist, aber wenn man nur durchschnittlich verdient, etwa in sein Leben zu Wohneigentum zu kommen? Darauf brauchen wir eine Antwort als die Eigentumspartei. Oder in der Frage, wie kriegen wir es hin, dass zur sozialen Marktwirtschaft auch der Tarifvertrag läuft, gehört. Nur diese beiden Themen einmal. Und wenn Sie möchten, dass diese Erfahrungswellen in unserem Präsidium eine Rolle spielen, dann geben Sie mir bitte Ihre Stimme.